Hallo, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphil kann sich in alles verwandeln. Los geht's! Das ist Robo-Freeze, ein verbrechenbekämpfender Roboter, der aussieht wie Officer Freeze. Also der Typ sieht ja spitze aus. Robo-Freeze kann auf drei Arten reagieren. Gar nicht, gemäßigt und rigoros. Führen wir das einfach mal vor. Mila, schmeiß doch mal Abfall auf den Boden. Bitte heben Sie den Müll auf. Morphil, verwandle dich in eine Greifzange. Morphil! Morph, Morph! Danke, du bist eine gute Mitbürgerin. Lasst mal sehen, wie er bei rigoros reagiert. Achtloses Wegwerfen ist die Krankheit. Ich bin das Heilmittel. Sie sind festgenommen. Was soll das denn? Lass mich runter! Ähm, also vielleicht war rigoros doch etwas zu rigoros. Morphil, wir müssen Robo-Freezes Schalter auf gar nicht umstellen. Folgt mir. Sie sind festgenommen, da sie den Rasen plattreten. Aber ich lief doch gar nicht auf dem Rasen. Sie hatten es aber vor. Hä? Morphil, drück seinen Schaltknopf. Robo-Raketen-Rucksack aktiviert. Morphil, verwandle dich in einen Superhaldenanzug. Morphil! Morph, Morph! Und los! Schneller, Morphil! Er ist zu schnell, Morphil. Wie fängt man einen Polizisten bloß ein? Indem man ihn anlockt mit ganz vielen Verbrechen. Ihr Kran ist zu laut. Sie sind festgenommen. Ich werfe jetzt Müll auf den Boden. Sie verbleiben im Fahrzeug, Bürgerin. Ich komme wieder. Da kommt er. Morphil, verwandle dich in ein Polizeiauto. Morphil! Morphil! Ah! Ah! Nicht fallen lassen. Sie sind festgenommen. Zuerst müssen sie mich mal fangen. Robo-Fries gefallen! Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Festgenommen wegen zu rigoroser Rigorosität. Also, dass ich mich mal selbst verhaften würde. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Mila, Morphil, Geraldo ist am Telefon. Danke, Papa. Hi, Geraldo. Hallo! Als kleines Dankeschön, weil ihr mir immer so toll helft, habe ich eine besondere neue Eissorte kreiert. Und den Mila und Morphil Strudel. Lecker Eis! Es ist so köstlich, ich kann gar nicht aufhören, es zu schlecken. Jetzt ist nur noch ganz wenig übrig. Hm, lecker Eis! Haha, also ihr müsst euch beeilen. Hm, sonst ist alles schon weg. Ich bin auf der Dschungelinsel. Morphil kommt schon! Oh nein, das war Morphil. Wenn er zuerst da ist, verputzt er das ganze neue Eis allein. Nein! Verrundle dich in ein super schnelles Rennauto, dann holen wir Morphil ein. Morphil, Morph, Morph! Los geht's, Morphil. Das wird heute ein magischer Tag. Whee! Hehehehe! Ah! 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 Aufgepasst, Morphil! Ah! Oh, oh! Ein Rennauto ist im Meer gar nicht so schnell, Morphil! Ah! Hehehehe! Hey! Ah! 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 Morphil, Hilfe! Mima! Ah! Oh! Danke, Morphil! Ah! Ah! Toll gemacht, Morphil! Wir sind auf der Dschungelinsel! Jetzt suchen wir Geraldo! Nur wie kommen wir durch all die Bäume auf? Ah! Morphil, verwandle dich in einen Affen! Ah! 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 Und wir sind auf der Dschungel! Ein Rennauto ist im Dschungel gar nicht so schnell, Orphil! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Hä? Ah! Ah! Lecker Eis für Orphi. Keine Sorge, ich habe schon mehr gemacht. Jetzt ist genug für alle da. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. So, Mila und Morphi, wollen wir picknicken? Ja, Papa. Juhu, Picknick. Wir gehen in den Park. Pass gut auf das magische Tierzentrum auf, während wir fort sind. Tschüss, ihr alle zusammen. Komm mit, Morphi. Das wird heute ein magischer Tag. Sie sind fort. Und jetzt klauen wir Atmo und mit unserem Banditomobil bündeln wir dann seine Frostkraft. Nicht übel. Bäh. Hoppisch. Nun können wir Atmos-Frostkraft nutzen und durch diese Röhre abfeuern. Hallo, die Dame. Stört Sie das heiße Wetter auch so? Ja, fürchterlich. Wie nett, dass Sie fragen. Fliege sie ein. Viel besser, nicht wahr? Oh, oh, oh. Das sieht nach dem perfekten Picknickplatz aus. Oh, 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 oh. Hä? Hey, wo kommt das Eis denn her? Von den Banditen. Sie haben Atmo und mit seiner Frostkraft vereisen sie alles. Oh, Atmo. Die sind dran. Oh nein, Morphi ist eingefroren. Morphi, verwandle dich in was Riesiges und spreng das Eis. Super gemacht, Morphi. Jetzt müssen wir die Banditen schnappen, bevor sie die ganze Stadt einfrieren. Leute einfrieren? Nicht in meiner Stadt. Stehen bleiben. Aber wir sitzen doch, Officer Freeze. Aufgepasst, Morphi. Schnappen wir sie uns. Mia! Oh, oh. Oh, danke, dass du das Eis geschmolzen hast, Morphi. Jetzt verwandle dich in einen Monster-Eistruck. Super gemacht, Morphi. Oh, wie wäre es damit? Oh, oh. Oh nein, mein wunderschöner Eiswagen. Dann lasst uns doch ein Eispicknick machen. Ja, lecker Eis. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hey, Papa, sieh mich an. Ich kann dich nicht sehen, Mila. Sieh nach oben. Hi. Morphi und Mila, der Superheld. Morphi will mitmachen. Morphi, was machst du da? Morphi, Superanzug. Jetzt können wir alle Superhelden sein. Lasst uns den heutigen Tag magisch machen. Oh, ich habe eine Idee. Lasst uns ein Rennen veranstalten. Morphi gegen Morphi. Morphi rennt gegen Morphi. Wer zuerst auf dem Berggipfel ist, hat gewonnen. Achtung. Fertig. Los. Morphi, warte. Oh. Oh nein, jetzt sind sie vorne. Lass uns springen. Wow. Wow. Ja. Oh. Hä? Was? Morphi, das war nicht nett. Oh. Gut gemacht, Morphi. Ich habe mich noch nie so stark gefühlt. Juhu. Ich glaube, ich kenne eine Abkürzung. Geh da lang, Morphi. Juhu. Haha. Ich glaube, wir gewinnen, Orphi. Wow. Orphi, lass uns Räder und einen Jetpack morfen, um über den Fluss zu springen. Ha, 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 ha. Yay. Morphi, Morphi, Flügel, damit wir den Berg hochkommen. Morphi, Morphi, Morphi. Morphi, zu müde. Ja, Orphi, auch. Ja. Mela gewonnen? Ich glaube, es ist ein Unentschieden. Ja. Orphi nicht gewonnen? Wir alle haben gewonnen. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, Spaß zu haben. Das zählt wirklich. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier. Oder zwei. Hä? Ja, April. Morphi, verwandle dich in einen Ball. Hä? 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 Glitzer-Mops kann uns in magische Haustiere verwandeln. Kannst du uns in Morphils verwandeln? Haha. Lasst uns ein Spiel spielen. Wer am höchsten hüpfen kann, der gewinnt. Hahaha. 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 Ich habe einen Morphil. Was? Nein. Toll. Morphelicopter. Wow. Wow. Morphil win. Ist das Mr. Vanderbush? Wow. Wow. Das kann nicht gut sein. Folgen wir ihnen. Versuch zu landen, April. Das ist... Nicht einfach. Oh nein. Sie haben den Kran getroffen. Auf Wettbewerb. Offen ist okay, aber der Kran wackelt noch. Keine Sorge, Bilder, Mary. Ich bin hier um... Schnell, Morphel. Verwandle dich in ein Flugzeug. Ah! Wuhu! Puh. Diesmal will ich ein Roboter sein. Oh, ums. Tut mir leid. Ich habe eine andere Idee, um ihn zu fangen. Lass uns zusammenarbeiten. Wuhu! Oh, 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 oh. Stoppt jetzt hier. Nein! Ja, wir haben es geschafft. Ihr zwei habt in der Stadt für viel Ärger gesorgt. Es tut mir leid, Mila und Morphel. Ich sollte kein Morphel mehr sein. Kannst du uns bitte zurückverwandeln, Glitzer-Mops? Nein! Ich hatte so viel Spaß. Es hat Spaß gemacht, aber ein Morphel zu sein war so schwer. Ich bin froh, wieder ich selbst zu sein. Es kann nur einen Morphel und eine April geben. Und ich liebe euch beide. Hallo, Mila und Morphel. Es scheint, dass ich die Grippe habe und meine Arbeit nicht machen kann. Können wir Ihnen helfen, Mr. Joe? Morphel, Hilfe! Oh, diese Fahrzeuge müssen schnell zu Ihren Besitzern gebracht werden. Aber ich habe... Ich habe diese Liste. Oh oh, die Namen der Fahrzeugbesitzer sind alle verschmiert. Aber ich denke, wir können es immer noch herausfinden. Morphel, verwandle dich in einen großen roten Truck. Ich glaube, der Traktor muss an Polizist Fries gehen. Doch, der Polizist hat einen Traktor. Ich glaube, so steht es auf der Liste. Okay. Hä? Hä? Aber, aber das... Tut mir leid, Polizist Fries, aber wir sind in Eile. Hä? 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 Oh, Entschuldigung. Ich habe sie nicht gesehen. Ach, diese Kinder. Hä? 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 Oh nein. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, Morphel. Verwandle dich auch in ein Polizeiauto. Morphel, fahren Sie! Versuchen wir jetzt, die Fahrzeuge zu den richtigen Besitzern zu bringen. Hm, ich glaube, dieser Traktor gehört zu... Ah, Farmer Bob! Und der Eiswagen muss Geraldo gehören. Juhu! Hey, Mila und Morphel, wie ist es gelaufen? Es ist alles geliefert worden, Mr. John. Oh, toll. War die Liste eine Hilfe? Nun... was jetzt nicht so gut, aber... Was? Nee... Wie? Oh, nein... Windenkrieg? Es ist vorbei, aber... Oh... Oh... Ö... Ich bin mal in der Welt... Sieh mal, Morphel. Alles hat seine Farbe verloren. Wow. Morphel, verwandle dich in einen magischen Pinsel. Morphel, Gras ist nicht blau. Es ist grün. Oh, he, he, he. Toll, Morphel. Ah. Pass auf, was du tust. Mein Licht war grün. Mein Licht war grün? Ähm, weiß. Aha. Du bist also diejenige, die die ganze Farbe aus der Stadt gestohlen hat. Das solltest du nicht tun. Eine Welt ohne Farben ist nicht lustig. Oh, Tika, lustig. Ja, das ist lustig. Lasst uns noch mehr Tiere in lustigen Farben malen. Oh, da bist du ja, Chroma. Ich habe dich schon gesucht. Es gibt viele Probleme in der Stadt, weil du alle Farben weggenommen hast. Morphel kann Chroma helfen, alles wieder in den ursprünglichen Farben anzumalen. Nun, es scheint, sie hatten recht. Bitte, sie zuerst. Wow, du hast schon alle Probleme in der Stadt gelöst. Morphel und Chroma sind ein wirklich tolles Team. Yeah. Mila, Morphel, der Betreuer rief an. Er sagt, er braucht eure Hilfe im Zoo. Okay, Papa. Morphel, verwandle dich in ein fliegendes Haus. Hehehe. Mina, Morphel, toll. Ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr beide helfen, diesen Pinguin, dieses Kamel und diesen Affen in ihr neues Wildnishaus zu bringen? Klar. Toll. Wir können alle in Morphel dem fliegenden Haus fliegen. Die Wüste ist heiß und trocken. Das ist das perfekte Zuhause für einen Kamel. Morphel, schau mal. Es ist ein Drache. Ich glaube, er will mit uns kommen. Ich denke, wir können ein neues Zuhause für ihn finden. Nicht wahr, Morphel? Yeah. Oh oh. Der Südpol ist das perfekte Zuhause für einen Pinguin. Aber für einen Drachen ist es viel zu kalt. Okay, gehen wir an einen anderen Ort. Der Regenwald ist das perfekte Zuhause für einen Affen. Oh oh. Aber ich glaube, der Regenwald ist zu nass für Drachen. Es ist nicht einfach, den perfekten Ort für einen Drachen zu finden. Aber wir geben nicht auf. Sieh mal, Morphel. Da ist ein Vulkan. Das ist der perfekte Lebensraum für einen Drachen. Okay, Drache. Du scheinst dich in deinem neuen Zuhause sehr wohl zu fühlen. Jetzt ist es Zeit für Morphel und mich, nach Hause zu gehen. Bye-bye. Drache! Oh, jetzt verstehe ich. Du bist ein magisches Haustier. Es ist egal, wo auf der Welt sich magische Haustiere aufhalten. Sie fühlen sich nicht zu Hause ohne ihre menschlichen Begleiter. Aber ich habe schon ein magisches Haustier. Morphel! Aber ich weiß, wo wir einen tollen menschlichen Begleiter für dich finden können. Im Zentrum für magische Haustiere finden wir schnell einen magischen Partner für dich. Bitte sehr. Zwei kleine Roboter wie bestellt. Rausgezeichnet! Was war das? Oh, nichts. Danke. Tschüss, tschüss. Hä? Hast du alles mitgebracht? Jawohl. Perfekt. Oh, seht mal. Das sind die Banditen. Seht, es sind die Banditen. Nein. Oh. Psst. Morphel. Mia? Wo Ball? Vergiss den Ball. Wir gehen jetzt. Jetzt? Komm mit mir. Okay. Morphel, willst du noch ein Spiel spielen? Nein. Okay. Möchtest du nach Hause gehen? Nein. Ähm, hast du irgendeine Idee? Nein. Morphel, hol das Eis dort. Hahaha. Mila, keine Bezahlung? Mila? Du verhältst dich sehr seltsam, Morphel. Du willst dich nicht mal verwandeln. Nein. Nein, du sagst nur nein, nein, nein. Papa, Morphel benimmt sich komisch. Schau, Mila, es ist nicht sehr nett, sowas zu sagen. Hey, Morphel, möchtest du ein Eis haben? Nein. Du willst kein Eis? Da muss was nicht stimmen. Was? Hä? Siehst du, dieser Morphel ist nicht echt. Die Banditen. Morphel, hol jetzt den Ball da. Hahaha. Hahaha. Hey. Oh, nein. Das ist Milas Papi. Hey, Mila. Was machst du denn da? Äh, du weißt schon. Mädchen, komm. Psst, Morphel. Hier drüben. Ah. Na, okay dann. Mach du das. Bye, bye, Mila. Tschüss, Papa. Jetzt wird noch mehr Unfug gemacht. Morphel. Mal die Wand an. Nein. Verwandle dich in... Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann eben in einen Elefanten. Nein. Nein. Lass uns den heutigen Tag magisch machen. Morphel, verwandle dich in... ...mich. Ja. Jetzt zieh das an und wir können Papa und unseren Freunden Streiche spielen. Oh, du siehst genauso aus wie ich. Morphel ist Mila. Oh. Oh, du bist es, Mila. Ich hab dich nicht kommen sehen. Das liegt daran, dass ich noch hier oben bin. Oh, äh, dann musst du Morphel sein. Hey, Mila. Willst du und Morphel spielen? Morphel nicht hier. Aber Mila spielen? Toll. Gehen wir. Hi, Mila. Hi. Was sollen wir spielen, Mila? Du kannst dir so gut lustige Spiele ausdenken. Hm, hm. Fangen? Ja. Okay, Mila. Du fängst. Hm. Ah. Hab dich. Wow. Wow. Moment mal, du bist nicht Mila. Du bist Morphel. Schau, Morphel ist nicht bei Ihnen. Also können wir Ihnen Ihr Spielzeug klauen. Großartige Idee. Hey, der gehört uns. Danke für den Hula-Hoop-Reifen. Gib ihn zurück. Hä? Mila. Hey, das ist nicht nett. Was passiert hier? Lass mich runter. Es gibt zwei, Milas. Hey, komm zurück. Morphel. Hat es dir Spaß gemacht, ich zu sein? Ja, aber Morphel am liebsten ist Morphel. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hey, Papa. Sieh mich an. Ich kann dich nicht sehen, Mila. Sieh nach oben. Hi. Morphel und Mila, der Superheld. Morphel will mitmachen. Morphel, was machst du da? Morphel, Superanzug. Juhu. Jetzt können wir alle Superhelden sein. Lasst uns den heutigen Tag magisch machen. Oh, ich habe eine Idee. Lasst uns ein Rennen veranstalten. Morphel gegen Orphel. Orphel rennt gegen Morphel. Wer zuerst auf dem Berggipfel ist, hat gewonnen. Achtung. Fertig. Los. Orphel, warte. Oh. Oh nein, jetzt sind sie vorne. Lass uns springen. Wow. Was? Morphel, das war nicht nett. Gut gemacht, Morphel. Ich habe mich noch nie so rohstark gefühlt. Ich glaube, ich kenne eine Abkürzung. Geh da lang, Morphel. Juhu. Ich glaube, wir gewinnen, Orphel. Orphel, lass uns Räder und einen Jetpack morfen, um über den Fluss zu springen. Juhu. Juhu. Morphel, Morphel, Flügel, damit wir den Berg hochkommen. Morphel, Morph, Morph. Morphel, zu müde. Morphel, auch müde. Mela gewonnen? Ich glaube, es ist ein Unentschieden. Ja. Orphel nicht gewonnen? Wir alle haben gewonnen. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, Spaß zu haben. Das zählt wirklich. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier oder zwei. Oh nein, da, Bauarbeiterin Mary reißt die Stadt ab. Warum macht sie das denn, Morphel? Halt, nicht in meiner Stadt. Oh, schieß einen Hypnose-Strahl auf ihn ab. Lass sie das Gebäude abreißen. Gebäude abreißen. Morphel, verwandle dich in einen Riesenroboter. Genauso groß wie die ganzen Häuser sind. Morphel, Morph, Morph. Jetzt halte Mary auf, bevor die ganze Stadt kaputt ist. Morphel hält Mary auf. Nein, Morphel, hilf ihr, die Stadt kaputt zu machen. Alles klar, Bandit. Oh nein, Morphel ist böse geworden. Dank dem Hypnose-Strahler, den wir der Wissenschaftlerin Paola gestohlen haben, muss jetzt jeder in der Stadt tun, was wir ihm sagen. Gib uns ein Gratis-Eis. Gratis-Eis. Papa, die Banditen machen, dass alle die Stadt zerstören. Wie können wir sie aufhalten? Ich weiß schon, wie. Wir sind die formidabelsten Fieslinge. Und das alles nur dank des Hypnose-Strahls. Papa, schnapp die Banditen. Paula, da, der Hypnose-Strahler. Den nehme ich. Jetzt schnell, enthypnotisier Morphel. Mary und Polizist Fries. Morphel und Bauarbeiterin Mary, könnt ihr die Stadt wieder aufbauen? Morphel mag aufbauen. Aha. Polizist Fries, nehmen Sie diese Banditen fest. Da ihr die Stadt demoliert habt, wandert ihr in den Knast. Warum macht eigentlich jeder genau das, was Mila ihm sagt? Ja. Hast du die etwa hypnotisiert? Wir haben das nicht gemacht, weil Mila uns hypnotisiert hat. Sondern weil sie mit ihrer Idee richtig lag. Leute zu etwas zu zwingen, das sie nicht tun wollen, ist nicht sehr nett. Ah! Das habt ihr alle super gemacht. Mit einem magischen, wandelbaren Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hier, meine neueste Erfindung. Der Teddy-Strahler. Er verwandelt Menschen in Teddybären. Ich bin ganz flauschig. Ist das nicht großartig? Morphel spielt mit Teddybär Mila. Tschüss, Professor Paula. Tschüss, Mila und Morphel. Und jetzt ist es Zeit, mich zurückzuverwandeln. Oh nein, mit meinen Teddypfoten kann ich den Teddystrahler nicht benutzen. Hast du das gerade gehört? Ja, ich liebe Teddybären. Uh, jetzt stell dir mal vor, wie viel Spaß wir haben, wenn jeder in der Stadt ein winzig kleiner Teddybär ist. Oh! Mila-Teddybär ist bester Teddybär. Oh! Banditen! Und sie haben den Teddystrahler. Nicht in meiner Stadt. Wir werden die Banditen aufhalten. Morphel, verwandle dich in einen Tiger. Und los! Was wollt ihr beide? Deine magischen Haustiere. Was? Oh nein. Oh nein. Hä? Nee. Verwandelt mich sofort zurück. Bleibt sofort stehen. Oh! Ihr bekommt unsere magischen Haustiere nicht in die Finger. Morphel, verwandle dich in einen grausigen T-Rex. Morphel! Lass auf! Wir haben das nicht bis zum Ende durchdacht. Aber wir brauchen noch den Teddystrahler. Schnell hinterher! Wie wäre es, wenn wir dich in einen Teddybär verwandeln? Der Teddystrahler funktioniert nur bei Menschen. Nö. Ach, nö. Nun bin ich ja ein Teddybär. Oh, du bist so süß. Toll. Jetzt können wir alle wieder zurück verwandeln. Ah, so ist's besser. Und schlechter wird's für euch. Oh, immerhin habe ich einen knödeligen Teddybär als Zellen genossen. Jorn, lass mich bloß runter. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Wollen wir Verstecken spielen? Oh ja! Aber denk dran, nicht den Garten verlassen, denn die fiesen Banditen könnten ausgebrochen sein. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Sind wir doch nicht da? Trag mich! Da fällt mir aber was Besseres ein. Klauen wir einfach dieses Fahrrad. Gefunden! Du bist zu gut bei dem Spiel, Mila! Aber Morphel finde ich nirgendwo. Siehst du ihn irgendwo? Nö, der versteckt sich mal richtig gut. Morphel! Morphel! Komm raus und zeig dich uns, du hast gewonnen! Bitten wir unser magisches Haustier-Glitzer-Mobs, uns in Morphels zu verwandeln. Wow, danke! Klasse! Ich verwandle mich in ein Rennauto, um ihn schnell zu finden. Und wenn ich fliegen kann, kann ich nach Morphel von oben überall suchen. Ist ja Hammer! Ich bin ein Superheld! Da ist Morphel! Gefangen von den Banditen! Oh! Morphel! Halt mal! Die Brücke fährt da ganz hoch nach oben! Das schaffen wir schon! Ich befehle euch, anzuhalten! Hey! Morphel! Verwandle dich in einen Hubschrauber und flieg über die Brücke! Danke, Mila! Nun haben wir unseren eigenen Hubschrauber! Ja! Hey! Was ist denn jetzt los? Mir fällt was ein! Komm, mir macht's! Morphel, kein Banditen-Hubschrauber! Schnell! Klauen wir die Fahrräder und hauen ab! Oh, oh, tja! Mila! Ja! Ich bin's, Morphel! Spring rein! Wir bringen die Banditen dahin, wo sie hingehören! Entschuldigung! Nächstes Mal Morphel macht, was Mila sagt! Alles gut! Mit verwandelbaren, magischen Freunden ist jeder Tag einfach magisch! Flieger nicht fliegt gut! Edmode, nutze deine magische Wetterkraft, um den Papierflieger anzupusten! Da war Looping! Wollen wir einen magischen Tag verbringen und du machst selbst ein paar Loopings? Hä? Okay! Morphel, verwandle dich in einen Ballon! Morphel! Morphel! Edmode, sorg für ganz viel Wind, damit Morphel auch einen Looping fliegen kann! Stopp! Morphel! Morphel sucht Mila! 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 Morphel! 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 Oh, Papa! Das ist alles nur meine Schuld, dass Morphel weggeflogen ist! Du wusstest nicht, dass sowas passieren wird! Hä? Morphel! Wo steckst du? Morphel! Oh! Oh! Hä? Hä? Mila! Morphel! Das ist nicht laut genug! So hört Morphel mich niemals! Uns muss was besseres einfallen! Ah, ich weiß! Ein leckeres Eis! Wir wollen doch jetzt nichts futtern! Nein, Papa! Morphel liebt Eis über alles! Er wird sich hier eines holen! Ganz bestimmt! Mila! Oh! 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 Er ist auch immer kein Morphel zu sehen! Vielleicht sollten wir ihm eher zeigen, wo wir sind, anstatt ihn immer zu suchen! Aber wie sollen wir das machen? Damit! Morphel liebt diese Musik! Wenn er die hört, holt er sich ganz bestimmt sofort ein Eis! Gute Idee, Mila! 櫻ät AhiDAN lai, tía, 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 tía! Lecker Eis. Morphel, wie hab ich dich vermisst. Morphel vermisst Mila auch so. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Schau, Morphel. Genau so. Morphel auch. Morphel auch. Mach dir keine Sorgen, Morphel. Du wirst den Dreh schon noch rauskriegen. Aber du wirst nie so gut sein wie dieser kleine Kerl. Das ist Boba, unser neues magisches Haustier. Boba liebt es, Seifenblasen zu pusten. Er neigt dazu, vor Freude zu platzen. Wow, wow, wow. Seht ihr? Das sieht nach Spaß aus. Jaha. Ähm, Boba, das ist hoch genug. Ich kann nicht raus. Morphel, verwandel dich in etwas Großes. Ah, Kipplaster. Jetzt Morphel retippt Mila. Na, Mila? Oh-oh. Hä? Was ist da? Hilfe. Hilft mir. Morphel, Hilfe. Wow. Oh nein, da fällt ein Auto direkt vom Himmel. Puh. Da bist du ja, Boba. Hör zu. Du kannst deine magischen Seifenblasen nicht überall hinpusten. Das verursacht eine Menge Probleme. Grrrr. Morphel, kannst du meine Blase platzen lassen? Hä-hä. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Puh. Danke, Morphel. Oh nein. Wow. Oh-oh. Ja. Du hast mich gerettet. Ich danke dir, Morphel. Ja. Schön. Ha. Ich war etwas verunsichert, ob ich mein Auto wiedersehen würde. Nun, Boba, wenn du das nächste Mal vorbeipustest, nimm es bitte nicht zu wörtern. Ha. Herr Spiegel, können Sie uns zeigen, was in der Spiegelwelt passiert? Das kann ich ganz sicher, Milla. Morphel liebt Spiegelwelt. Orphel. Nein, 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 Morphel. Stecken wieder in mich rein. Das ist Orphel. In der Spiegelwelt ist alles das Gegenteil von dem, was es in unserer Welt ist. Und da Morphel sehr freundlich ist, befürchte ich, dass Orphel in seinem Sinn nur Böses hat. Gute Idee. Wir können nicht zulassen, dass Orphel in der Stadt herumläuft und Chaos anrichtet. Komm, Morphel. Lass uns eine Weile mit Chroma spielen. Hallo, Morphel. Wie geht's dir heute? Oh, Olis-Offisser. Schön. Was machst du denn da? Morphel. Morphel, du kannst mich nicht einfach hier lassen. Klingt, als ob jemand nach dir sucht, Morphel. Ah, da bist du ja, Morphel. Jetzt hol mich hier wieder runter. Danke. Aber ich mag diese Art von Blödsinn nicht. Sicher. Nein, 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 nein. Aber du hast mich doch überhaupt erst auf das Dach gebracht. Aber Morphel war die ganze Zeit mit uns drinnen. Nein, er hat mich auf das Dach gesetzt und darüber gelacht. Und zwar so. Oh nein, das klingt nach Orphel. Wir müssen ihn finden. Was machst du denn da, Morphel? Brauchst du irgendwas? Hä? Hey, was ist denn hier los? Das ist nicht lustig, Morphel. Aber wenn das Morphel ist, wer ist das? Morphel! Morphel! Äh, wer gewinnt? Und wer ist der echte Morphel? Wir müssen dafür sorgen, dass Orphel nicht mehr so tun kann, als wäre er Morphel. Chroma, male Orphel grün an. Ich hoffe, wir müssen Orphel nicht wiedersehen. Hey, süßer kleiner Kerl. So lustig. Eines Tages wirst du groß und furchterregend sein. Mit diesem Zepper, den wir von Professorin Paula gestohlen haben, können wir diese Tiere in Riesen verwandeln. Das wird ein toller Tag in der Tierauffangstation, Morphel. Ja! Mina, Morphel, die Banditen verwandeln alle Tiere in Riesen. Oh nein, wir müssen den Zepper zurückholen. Morphel, verwandle dich in einen Superhelden. Ist das nicht toll, Bucky? Oh nein, oh nein! Gebt uns den Zepper, Banditen. Das glaube ich nicht. Ron, Zepp, sie weg! Oh oh, das haben wir nicht bedacht. Wir kommen wieder! Ja! Toll! Jetzt zappen wir alle Tiere zurück. Da! Das ist der Pinguin! Oh nein! Nummer eins! Hallo, wir sind wieder da! Toll, aber... Oh nein, ihr seid sehr klein geworden. Aber ihr seid immer noch großartig. Oh nein, Morphe, ich weiß, was dich aufreitern wird. Meine Erfindung ist fertig. Ich habe ein Jugendserum erfunden, das ich an meiner Assistentin vorführen werde. Oh, das ist so süß. Ich weiß nicht, wie man sich um ein... ein Baby kümmert. Du musst sie zu ihrem Papi bringen, während ich ein Gegenmittel herstelle, um sie zurückzuverwandeln. Papi! Papi! Oh-oh! Wir lernen schweilen! Wir lernen grüß! Ah! Ah! Mila! Mila! Mila, was ist das? Hehehehe! Hehehehe! Ah! 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 Hey, Muffel! Junge, bin ich froh, dich zu sehen! Ich hatte den seltsamsten Traum! Ich habe geträumt, ich wäre ein Baby! Ist das nicht albern? Hehehehe! 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 Hattet ihr Spaß auf dem Jahrmarkt, Mila und Muffel? Ja! Und ich kann es kaum erwarten, mit unserer gewonnenen Babypuppe Tee-Partys zu spielen! Muffel denkt, Baby will keinen Tee! Komm schon, Muffel! Lass uns den heutigen Tag magisch machen! Animi, kannst du unser Püppchen zum Leben erwecken? Dann kann sie wirklich mitmachen! Hehehehe! Hehehehe! Hallo, Baumeisterin Mary! Hallo zusammen! Ich brauche ein magisches Haustier, das mir hilft, schwere Ziegel zu bewegen! Kann mir jemand helfen? Animi könnte sie zum Leben erwecken und sie könnten sich selbst bewegen! Das wäre doch toll! Wir sind bald wieder da, Mila und Muffel! Tschüss, tschüss! Nein, Riesenbaby! Magische Leckerbissen sind keine Babynahrung! Verwandle dich in einen Ball! Oh oh! Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, das Baby zum Leben zu erwecken! Lass sie uns zu Animi bringen, damit sie sie wieder in eine Puppe zurückzaubern kann! Oh nein! Baby, hör auf damit! Du wirst Mr. Wendermis und Barki verletzen! Muffel, verwandle dich in einen Drachen, um das Baby vom Auto zu holen! Oh nein! Stopp, Riesenbaby! Das ist doch kein echtes Eis! Oh nein! Mein Wagen! Tut mir leid, Geraldo! Wir helfen dir später beim Reparieren! Muffel, verwandle dich in einen Kimmlaster, um das Baby zu fangen! Muffel, Muffel! Ich habe eine Idee! Wiegen wir das Baby in den Schlaf! Funkel, Funkel, kleiner Stern! Ach, wie bist du mir so fern! Du hast es geschafft, Muffel! Muffel, kannst du unsere Babypuppe bitte wieder normal machen? Muffel denkt Baby ist wach! Ah, bitte beeil dich, Animi! Muffel! Milla, was ist hier los? Entschuldige, Papa! Nächstes Mal können wir Tee-Partys spielen, ohne die Spielzeuge zum Leben zu erwecken! Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier! Ich muss jetzt gehen und etwas erledigen, Muffel! Muffel, mitkommen? Tut mir leid! Es ist ein Geheimnis! Also musst du hier bleiben! Ist schon okay! Ich bin bald wieder da! Milla! 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 Oh! Was ist los, Muffel? Wo ist Milla? Ich weiß es nicht, aber ich bin sicher, dass sie bald zurück ist! Milla! 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 Hallo, Muffel! Oh je, was ist denn los? Milla hier? Sie ist nicht hier. Tut mir leid. Muffel! Muff! Milo hier? Was? Oh, Milo ist nicht hier. Lass mich runter, Muffel. Muffel! Muffel, sie ist nicht hier. Muffel! Muffel! Milla hier? Nein, Muffel. Ich bin sicher, sie ist hier irgendwo. Wo ist Milla? Muffel weint? Nicht in meiner Stadt. Komm schon, Muffel. Trockne deine Tränen. Milla wartet zu Hause auf dich. Muffel. 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 Wir wollten dir mit einer Party dafür danken, dass du so ein tolles, magisches Haustier bist. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier und guten Freunden. Ich hab doch gesagt, wenn ihr böse seid, schnappen wir euch, ihr Banditen. Danke, Mila und Morphel. Hätten wir doch bloß unser eigenes magisches Haustier. Oh, wir könnten die Stadt so ins Chaos stürzen. Guck, da ist Morphel. Kannst du uns hier rausholen? Ja. Oh nein, meine Autos. Was? Die sollten doch im Gefängnis sein. Nicht in meiner Stadt. Och, da ist Officer Freeze. Schnell, Morphel. Verwandle dich in was Riesiges. Ein T-T-T-T-T-T-T-T-T-Rex? Ich dachte, du wärst Furchteinflüster. Ein Affe? Hey, gib meine Kamera zurück. Mach ich. Hol sie dir doch. Diese Banditen haben dafür einen Roboter gehabt. Einen Roboter? Wir schnappen uns die, Mechaniker Joe. Die Banditen haben einen furchtbaren T-Rex-Saurier dabei. Ein Dinosaurier und ein Roboter? Seltsam. Wir schnappen uns die, Polizist Freeze. Die Banditen und der freche Affe haben meine Kamera da hochgehängt. Diese gemeinen Banditen finden wir, Morphel. Ein Roboter, ein Dinosaurier und ein Affe. Ich glaube, dass Orphel bei den Banditen dabei ist. Wir schnappen uns die, April. Och, nö. Das sind Mila und Morphel. Schnell, Orphel. Verwandle dich in etwas Riesiges. Morphel, verwandle dich auch in einen T-Rex. Morphel, geh auf. Du bist nicht groß genug. Morphel, verwandle dich auch in einen Roboter. Morphel, Morphel! Es geht mir nicht besonders gut. Orphel, hör auf damit. Na gut. Orphel, jetzt dann müde. Ich hab doch gesagt, wenn ihr böse seid, schnappen wir euch, ihr Banditen. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Morphel, Morphel! Morphel, Morphel! Morphel, verwandle dich in... Hä? Nicht in meiner Stadt, Mila und Morphel. Was habt ihr da eigentlich vor? Wir müssen diese Banditen einfangen. Was ihr müsst, ist eure schleimige Sauerei sauber machen. Aber wir... Jetzt! Dann waschen wir den Schleim lieber schnell weg. Juhu! Und jetzt verhindern wir, dass die Banditen die Stadt vollschleimen. Oh oh! Schleim! Da sind sie! Sieh mal! Sie wollen Polizist Freeze zuschleimen? Oh oh! Morphel, sprühe den Schleim mit deinem Rüssel weg. Und jetzt verhindern wir, dass die Banditen die Stadt vollschleim mit deinem Rüssel wegkriegen. Und jetzt verhindern wir, dass die Banditen die Stadt vollschleim mit deinem Rüssel wegkriegen. Hä? Aha! Ihr zwei schleimt also schon wieder herum. Macht das sauber! Aber wir... Jetzt! Na gut, Polizist Freeze! Juhu! Das da noch! Morphel, nicht rankommen! Wir brauchen was, mit dem wir den Schleim erreichen können. Morphel, verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Morphel, verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Morphel, verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Juhu, geschafft, Morphel! Aber jetzt müssen wir die Banditen einfangen. Auf geht's! Da sind sie! Schnell, Morphel! Schieß sie mit einem Wasserstrahl ab! Du schaffst das, Morphel! Oh ne! Also, stecken die Banditen hinter allen Schleimattacken? Ja, genau das habe ich versucht, ihnen zu sagen. Tut mir leid, Mila und Morphel. Da war ich wohl etwas... Danke, dass ihr die Stadt sauber gemacht habt. Und ich werde jetzt die bösen Bogen von der Straße putzen. Gern geschehen. Und immerhin haben wir die Schleimbanditen gefangen. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Papa wird den Kuchen hier ganz sicher lieben, Morphel. Mh, sieht lecker aus! So schwer wie Papa mit uns zu kämpfen hat, verdient er auch mal eine Aufmerksamkeit. Ah, Kuchen! Orphel ist Kuchen! Hier, stell den zurück! Ha! Hihihi! Wir müssen uns diesen Kuchen zurückholen. Morphel, verwandle dich in einen Hüpfball. Morphel! Morph, Morph! Hihihi! Her mit dem Kuchen, Orphel! Mh, Mh, Mh! Nö, Nö! Nö, Nö! Nö, Nö! Nö, Nö, Nö! Nö, Nö! Nö! Was soll das denn? Morphel tut leid! Du! Ah! Orphel nicht isst Papas Kuchen! Morphel, verwandle dich in ein Rinnauto, damit wir Orphel einholen. Morphel! Morph, Morph! Nicht schon wieder. Das tut mir echt leid, Herr Wenderbuss. Das ist unser Kuchen für Papa. Kommt her und holt ihn. Morphel bringt Papa um seinen Kuchen. Wir müssen den zurückholen. Morphel, verwandle dich in einen Roboter. Dieser Tag kann immer noch richtig magisch werden. Morphel, Mama! Das ist jetzt das dritte Mal heute. Guck mir leid! Morphel, fang den Kuchen! Super gemacht, Morphel. Du hast ihn gerettet. Sie bekommen nachher auch ein Stück davon, Herr Wenderbuss. Hey, Morphel bleibt Orphel. Den haben wir für dich gebacken. Oh, danke. Und ihr habt das ganz problemlos geschafft? Ganz und gar problemlos. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Gut gefangen, Mila. Ja! Der flog direkt in meine Kappe. Hai! Da ist ein Hai! Hai! Oh nein! Wir müssen ihn retten. Morphel, verwandle dich in ein Rennboot, damit wir ihn schnell erreichen. Sorry! Los, los, los! Wir sind schon unterwegs. Uh! Ah! Oh, oh! Morphel, häng fest! Ah! Du steckst im Seetank fest. Ich helfe dir, Morphel. Ah! Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber weiß nicht, wo der Hai hingeschwommen ist. Der ist einfach weg. Morphel, du musst dich zurückverwandeln, um frei zu kommen. Hab keine Angst, hier passiert dir absolut nichts. Versprochen, denn wir sind bei dir und der doofe Hai nicht mehr. Spielen wir was. Wie wär's mit, folg dem Anführer hinein ins Wasser. Los geht's! Da ist der Hai schon wieder! Morphel, wach, wach! Moment, dieses Kichern kenne ich doch. Das ist doch Orphel, der sich hier als schrecklicher Hai ausgibt. Er nimmt uns auf die Schippe. Finde ich aber nicht so nett. Nö, gar nicht. Hm. Sollen wir Orphel zeigen, wie wir uns wegen seines Streichs gefühlt haben? Morphel, verwandle dich bitte in einen größeren Hai, als er es ist. Was? Morphel! Aber wir wollen nicht fies sein, Morphel. Schwimm mal um Orphel herum. Orphel, das ist kein echter Hai gewesen. Das war Morphel. Du hast uns veralbert. Ich wollte dir zeigen, wie sich das anfühlt. Tut Orphel auch leid. Ich weiß, das war von dir nicht böse gemeint. Orphel nur spielt. Ah, warum spielen wir nicht was zusammen? Ja! Ja! Versenken vielleicht, verstecken im Wasser. Oder? Delfin-Polo. Morphel und Orphel verwandeln sich in Delfine und wir reiten sie zusammen. Morphel und Orphel? Oh, oh, oh! Der Ball darf nicht ins Wasser fallen. Hai! Das bin nur ich. Überhaupt kein Hai. Sondern ein Papa mit seiner Hai-Kapuze. Oh, Papa. Hey, jetzt vielleicht ein Vater-Delfin-Rennen? Ja! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Die Blumen sehen toll aus, Mila. Aber die Gelben dort drüben könnten mehr Erde brauchen. Morphel hilft! Morphel, Morph, Morph! Wow, danke für die Hilfe, Morphel. Ich glaube, die Blumen wollen jetzt noch etwas Wasser. Morphel, spät! Oh, nö, Morphel, jetzt bist du voller Matsch und alle um dich herum auch. Morphel liebt Matsch! Jetzt bist du ein echter Matschkopf, Morphel. Zu viel Matsch aber. Folg mir, Morphel. Lass diesen Tag magisch werden. Aber auch ein Bad nehmen. Das Wasser hier ist so schön warm. Sieh mal, da kommen noch Blubberblasen rein. Morphel, kein Bad. Jetzt komm schon, Morphel. Zeit zu baden. Morphel, Morph, Morph! Halt dich fest, Morphel. Vielleicht, wenn er sich in einen Ball verwandelt? Aber dann hüpft er ja davon. Jetzt hab ich's. Morphel, verwandle dich schnell in einen Pinguin und dann stürze ins Schwimmbecken. Morphel, Morph, Morph! Ich fang dich auf, Morphel. Wow, jippie. Morphel glitt stromm. Wow, ein durchflutschender Pinguin. Halt, Morphel, ich bin dir dicht auf den Fersen. Das muss jetzt mal aufhören. Du verteilst den Matsch überall. Achtung, da vorne ist der Wetterbus. Morphel, verwandle dich jetzt in einen Schwamm, der das Wasser aufsaugt. Morphel, Morphel! Mein schönes Eis! Yay, schönes Eis! Wow! Achtung, vor der Kacke! Ich bin da ganz nass! Matz, von Matsch bin ich überhaupt nicht begeistert. Ab nach Hause und nehmt diesen Schlamassel mit euch. Tut uns leid, Herr Wenderbus. Und Bello, wird gemacht. Also dann, Morphel, du schwabbelig-schwammiges Schwämmchen. Somit ist für dich Zeit zu baden. Unser Matschkopf war gar kein Quatschkopf. Er badet mit uns. Ganz genau. Und du bist jetzt sauber, Morphel. Also darfst du raus aus dem Bad. Morphel, bad ich jetzt! Morphel, bleib drin! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hallo, Mila und Morphel. Es scheint, dass ich die Grippe habe und meine Arbeit nicht machen kann. Können wir Ihnen helfen, Mr. Joe? Morphel, Hilfe! Diese Fahrzeuge müssen schnell zu Ihren Besitzern gebracht werden. Aber ich habe... Ich habe diese Liste. Oh, oh. Die Namen der Fahrzeugbesitzer sind alle verschmiert. Aber ich denke, wir können es immer noch herausfinden. Morphel, verwandle dich in einen großen roten Truck. Ich glaube, der Traktor muss an Polizist Freeze gehen. Doch, der Polizist hat einen Traktor. Ich glaube, so steht es auf der Liste. Okay. Hä? Aber, aber das... Tut mir leid, Polizist Freeze, aber wir sind in Eide. Hä? Oh, Entschuldigung. Ich habe sie nicht gesehen. Ach, diese Kinder. Das ist unmöglich. Oh nein. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, Morphel. Der wandelt sich auch in ein Polizeiauto. Morphel, kann sie... Versuchen wir jetzt, die Fahrzeuge zu den richtigen Besitzern zu bringen. Ich glaube, dieser Traktor gehört zu... Farmer Bob. Und der Eiswagen muss Geraldo gehören. Juhu. Hey, Mila und Morphel, wie ist es gelaufen? Es ist alles geliefert worden, Mr. Joe. Toll. War die Liste eine Hilfe? Nun... Hier, meine neueste Erfindung. Der Teddy-Strahler. Er verwandelt Menschen in Teddybären. Nein! Oh, ich bin ganz flauschig. Ist das nicht großartig? Morphel spielt mit Teddybär, Mila. Tschüss, Professor Paula. Tschüss, Mila und Morphel. Und jetzt ist es Zeit, mich zurückzuverwandeln. Oh nein. Mit meinen Teddypfoten kann ich den Teddy-Strahler nicht benutzen. Hast du das gerade gehört? Ja, ich liebe Teddybären. Uh, jetzt stell dir mal vor, wie viel Spaß wir haben, wenn jeder in der Stadt ein winzig kleiner Teddybär ist. Oh! Mila-Teddybär ist Bester-Teddybär. Oh! Banditen! Und sie haben den Teddy-Strahler. Nicht in meiner Stadt. Wir werden die Banditen aufhalten. Morphel, verwandle dich in einen Tiger. Und los! Was wollt ihr beide? Deine magischen Haustiere. Was? Oh nein. Hey! Verwandelt mich sofort zurück. Bleibt sofort stehen. Ihr bekommt unsere magischen Haustiere nicht in die Finger. Morphel, verwandle dich in einen grausigen T-Rex. Morphel! Wart auf! Wir haben das nicht bis zum Ende durchdacht. Aber wir brauchen noch den Teddy-Strahler. Schnell hinterher! Wie wäre es, wenn wir dich in einen Teddybär verwandeln? Der Teddy-Strahler funktioniert nur bei Menschen. Ach, nö. Nun bin ich ja ein Teddybär. Oh! Du bist so süß! Toll! Jetzt können wir alle wieder zurückverwandeln. So ist's besser und schlechter wird's für euch. Oh! Immerhin habe ich einen knödeligen Teddybär als Zellen genossen. Jorn, lass mich bloß runter. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Schau, Morphel! Genau so! Morphel auch! Morphel auch! Mach dir keine Sorgen, Morphel. Du wirst den Dreh schon noch rauskriegen. Aber du wirst nie so gut sein wie dieser kleine Kerl. Das ist Boba, unser neues magisches Haustier. Boba liebt es, Seifenblasen zu pusten. Er neigt dazu, vor Freude zu platzen. Wow, wow, wow! Seht ihr? Das sieht nach Spaß aus. Ähm, Boba, das ist hoch genug. Ich kann nicht raus. Morphel, verwandel dich in etwas Großes. Ah, Kipplaster! Jetzt Morphel retippt Mila. Na, Mila? Oh-oh! Hä? Was ist da? Hä? Hilfe! Hilft mir! Morphel, Hilfe! Wow! Oh nein! Da fällt ein Auto direkt vom Himmel! Puh! Da bist du ja, Boba! Hör zu! Du kannst deine magischen Seifenblasen nicht überall hinpusten. Das verursacht eine Menge Probleme. Morphel, kannst du meine Blase platzen lassen? Hä-hä! Oh-oh-oh-oh-oh! Oh, puh! Danke, Morphel! Du hast mich gerettet! Ich danke dir, Morphel! Ich war etwas verunsichert, ob ich mein Auto wiedersehen würde. Nun, Boba, wenn du das nächste Mal vorbeipustest, nimm es bitte nicht zu wörtlich. So, Mila und Morphel, wollen wir picknicken? Ja, Papa. Juhu, Picknick. Wir gehen in den Park. Pass gut auf das magische Tierzentrum auf, während wir fort sind. Tschüss, ihr alle zusammen. Komm mit, Morphel. Das wird heute ein magischer Tag. Sie sind fort. Und jetzt klauen wir Atmo und mit unserem Banditomobil bündeln wir dann seine Frostkraft. Nicht übel. Nun können wir Atmos-Frostkraft nutzen und durch diese Röhre abfeuern. Hallo, die Dame. Stört sie das heiße Wetter auch so? Ja, fürchterlich. Wie nett, dass sie fragen. Wir sehen allen. Viel besser, nicht wahr? Das sieht nach dem perfekten Picknickplatz aus. Wow, 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 wow. Hä? Hey, wo kommt das Eis denn her? Von den Banditen. Sie haben Atmo und mit seiner Frostkraft vereisen sie alles. Oh, Atmo. Die sind dran. Oh nein, Morphel ist eingefroren. Morphel, verwandle dich in was Riesiges und spreng das Eis. Super gemacht, Morphel. Jetzt müssen wir die Banditen schnappen, bevor sie die ganze Stadt einfrieren. Leute einfrieren? Nicht in meiner Stadt. Stehen bleiben. Aber wir sitzen doch, Officer Freeze. Aufgepasst, Morphel. Schnappen wir sie uns. Miau! 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 Puh, danke, dass du das Eis geschmolzen hast, Morphel. Jetzt verwandle dich in einen Monster-Eistruck. Super gemacht, Morphel. Oh, wie wäre es damit? Oh nein, mein wunderschöner Eiswagen. Dann lasst uns doch ein Eispicknick machen. Ja, lecker Eis. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Ja, April! Morphel, verwandle dich in einen Ball. Ich wünschte, ich könnte mich auch in lustige Dinge verwandeln. Ich habe eine Idee. Glutzermops kann uns in magische Haustiere verwandeln. Kannst du uns in Morphels verwandeln? Lasst uns ein Spiel spielen. Wer am höchsten hüpfen kann, der gewinnt. Mach einen Morphel. Was? Nein, toll. Morph-Helikopter. Ist das Mr. Vanderbils? Das kann nicht gut sein. Folgen wir ihnen. Versuch zu landen, April. Das ist nicht einfach... Oh nein! Sie haben den Kran getroffen. Auf Wettfall! Offen ist okay, aber der Kran wackelt noch. Keine Sorge, Bilder, Mary. Ich bin hier um... Oho! Schnell, Morphel! Verwandle dich in ein Flugzeug. Ah! Wuhu! Puh! Diesmal will ich ein Roboter sein. Tut mir leid. Ich habe eine andere Idee, um ihn zu fangen. Lass uns zusammenarbeiten. Stopp jetzt hier. Nein! Ja, wir haben es geschafft. Ihr zwei habt in der Stadt für viel Ärger gesorgt. Es tut mir leid, Mila und Morphel. Ich sollte kein Morphel mehr sein. Kannst du uns bitte zurückverwandeln, Glitzer-Mob? Nein! Ich hatte so viel Spaß! Es hat Spaß gemacht. Aber ein Morphel zu sein war so schwer. Ich bin froh, wieder ich selbst zu sein. Es kann nur einen Morphel und eine April geben. Und ich liebe euch beide. Bitte sehr. Zwei kleine Roboter wie bestellt. Ausgezeichnet! Was war das? Oh! Nichts! Danke! Tschüss, tschüss! Hä? Hast du alles mitgebracht? Jawohl! Perfekt! Oh! Seht mal! Das sind die Banditen! Seht! Es sind die Banditen! Nein! Nein! Oh! Psst! Morphel! Mila! Wo Ball? Vergiss den Ball! Wir gehen jetzt! Jetzt? Komm mit mir! Okay! Morphel, willst du noch ein Spiel spielen? Nein! Okay! Möchtest du nach Hause gehen? Nein! Ähm, hast du irgendeine Idee? Nein! Morphel, hol das Eis dort! Hahaha! Mila, keine Bezahlung? Mila? Du verhältst dich sehr seltsam, Morphel! Du willst dich nicht mal verwandeln! Nein! Du sagst nur nein, nein, nein! Papa! Morphel benimmt sich komisch! Schau, Mila, es ist nicht sehr nett, sowas zu sagen! Hey, Morphel! Möchtest du ein Eis haben? Nein! Du willst kein Eis? Da muss was nicht stimmen! Was? Hä? Siehst du? Dieser Morphel ist nicht echt! Die Banditen! Morphel, hol jetzt den Ball da! Haha! Hahaha! 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 Oh, nein! Das ist Milas Papi! Hey, Mila! Was machst du denn da? Äh, du weißt schon! Mädchenkram! Psst! Morphel! Hier drüben! Ah! Na, okay dann! Mach du das! Bye-bye, Mila! Tschüss, Papa! Jetzt wird noch mehr Unfug gemacht! Morphel! Mal die Wand an! Nein! Verwandle dich in... Ein Polizeiauto! Nein! Ein Feuerwehrauto! Nein! Dann eben in einen Elefanten! Nein! Das ist Robo-Freeze! Ein verbrechenbekämpfender Roboter, der aussieht wie Officer Freeze! Also, der Typ sieht ja spitze aus! Robo-Freeze kann auf drei Arten reagieren. Gar nicht, gemäßigt und rigoros. Führen wir das einfach mal vor. Mila, schmeiß doch mal Abfall auf den Boden. Bitte heben Sie den Müll auf. Morphel, verwandle dich in eine Greifzange. Morphel! Morph! Morph! Danke, du bist eine gute Mitbürgerin. Lasst mal sehen, wie er bei rigoros reagiert. Ich bin das Heilmittel. Sie sind festgenommen. Was soll das denn? Lass mich runter! Ähm, also vielleicht war rigoros doch etwas zu rigoros. Morphel! Wir müssen Robo-Freezes Schalter auf gar nicht umstellen. Folgt mir! Sie sind festgenommen, da sie den Rasen plattreten. Aber ich lief doch gar nicht auf dem Rasen. Sie hatten es aber vor. Hä? Morphel, drück seinen Schaltknopf. Robo-Raketen-Rucksack aktiviert. Morphel, verwandle dich in einen Superheldenanzug. Morphel! Morph, Morph! Und los! Schneller, Morphel! Er ist zu schnell, Morphel. Wie fängt man einen Polizisten bloß ein? Indem man ihn anlockt mit ganz vielen Verbrechen. Ihr Kran ist zu laut. Sie sind festgenommen. Ich werfe jetzt Müll auf den Boden. Sie verbleiben im Fahrzeug, Bürgerin. Ich komme wieder. Da kommt er. Morphel, verwandle dich in ein Polizeiauto. Morphel! Morphel! Ah! Ah! Nicht fallen lassen. Sie sind festgenommen. Zuerst müssen sie mich mal fangen. Robo-Fries gefangen! Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Festgenommen wegen zu rigoroser Rigorosität. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Also, dass ich mich mal selbst verhaften würde. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hey, Papa. Sieh mich an. Ich kann dich nicht sehen, Mila. Sieh nach oben. Hi! Morphel und Mila, der Superheld. Morphel will mitmachen. Morphel, was machst du da? Morphel, Superanzug. Juhu. Jetzt können wir alle Superhelden sein. Lasst uns den heutigen Tag magisch machen. Oh, ich habe eine Idee. Lasst uns ein Rennen veranstalten. Morphel gegen Morphel. Morphel rennt gegen Morphel. Wer zuerst auf dem Berggipfel ist, hat gewonnen. Achtung. Fertig. Los. Morphel, warte. Oh. Hui. Oh nein, jetzt sind sie vorne. Lass uns springen. Wow. Wow. Oh, ja. Oh. Was? 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 Morphel, das war nicht fett. Hä? Gut gemacht, Morphel. Ich habe mich noch nie so stark gefühlt. Juhu. Ich glaube, ich kenne eine Abkürzung. Geh da lang, Morphel. Juhu. Ich glaube, wir gewinnen, Orphel. Yay. Orphel, lass uns Räder und einen Jetpack morphen, um über den Fluss zu springen. Morphel, morphel, morphel flügel, damit wir den Berg hochkommen. Morphel, morph, morph. Morphel, 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 mor Ich glaube, es ist ein Unentschieden. Ja, habe ich nicht gewonnen? Wir alle haben gewonnen. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, Spaß zu haben. Das zählt wirklich. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier oder zwei. Hattet ihr Spaß auf dem Jahrmarkt, Mila und Morphel? Ja, und ich kann es kaum erwarten, mit unserer gewonnenen Baby-Puppet-Tee-Partys zu spielen. Morphel denkt, Baby will keinen Tee. Komm schon, Morphel. Lass uns den heutigen Tag magisch machen. Animi, kannst du unser Püppchen zum Leben erwecken? Dann kann sie wirklich mitmachen. Hallo, Baumeisterin Mary. Hallo zusammen. Ich brauche ein magisches Haustier, das mir hilft, schwere Ziegel zu bewegen. Kann mir jemand helfen? Animi könnte sie zum Leben erwecken und sie könnten sich selbst bewegen. Das wäre doch toll. Wir sind bald wieder da, Mila und Morphel. Tschüss, tschüss. Nein, Riesenbaby. Magische Leckerbissen sind keine Baby-Nahrung. Verwandle dich in den Ball. Oh oh. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, das Baby zum Leben zu erwecken. Lass sie uns zu Animi bringen, damit sie sie wieder in eine Puppe zurückzaubern kann. Oh nein. Baby, hör auf damit. Du wirst Mr. Wanderwitz und Barky verletzen. Morphel, verwandle dich in einen Drachen, um das Baby vom Auto zu holen. Oh nein. Stopp, Riesenbaby. Das ist doch kein echtes Eis. Oh nein. Mein Wagen. Tut mir leid, Geraldo. Wir helfen dir später beim Reparieren. Morphel, verwandle dich in einen Kimm-Blaster, um das Baby zu fangen. Morphel, Morphel. Ich habe eine Idee. Wiegen wir das Baby in den Schlaf. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Ach, wie bist du mir so fern. Du hast es geschafft, Morphel. Animi, kannst du unsere Babypuppe bitte wieder normal machen? Morphel denkt, Baby ist wach. Oh, bitte beeil dich, Animi. Mila, was ist hier los? Entschuldige, Papa. Nächstes Mal können wir Tee-Partys spielen, ohne die Spielzeuge zum Leben zu erwecken. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier. Sieh mal, Morphel. Morphel, alles hat seine Farbe verloren. Wow. Morphel, verwandle dich in einen magischen Pinsel. Morphel, Gras ist nicht blau, es ist grün. Oh. Toll, Morphel. Pass auf, was du tust. Mein Licht war grün. Mein Licht war grün? Ähm, weiß. Du bist also diejenige, die die ganze Farbe aus der Stadt gestohlen hat. Das solltest du nicht tun. Eine Welt ohne Farben ist nicht lustig. Tika, lustig. Ja, das ist lustig. Lasst uns noch mehr Tiere in lustigen Farben malen. Oh, da bist du ja, Chroma. Ich habe dich schon gesucht. Es gibt viele Probleme in der Stadt, weil du alle Farben weggenommen hast. Morphel, kann Chroma helfen, alles wieder in den ursprünglichen Farben anzumalen? Nun, es scheint, sie hatten recht. Bitte, sie zuerst. Wow, du hast schon alle Probleme in der Stadt gelöst. Morphel und Chroma sind ein wirklich tolles Team. Ja. Flieger, nicht flieg gut. Ad-Mode, nutze deine magische Wetterkraft, um den Papierflieger anzupusten. Da war ein Looping. Wollen wir einen magischen Tag verbringen und du machst selbst ein paar Loopings? Okay. Morphel, verwandle dich in einen Ballon. Morphel? Morphel! Ad-Mode, sorg für ganz viel Wind, damit Morphel auch einen Looping fliegen kann. Stopp! Morphel! Morphel sucht Mila! Mila! Morphel! 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 Oh, Papa. Das ist alles nur meine Schuld, dass Morphel weggeflogen ist. Du wusstest nicht, dass sowas passieren wird. Hä? Morphel! 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 Eis. Wir wollen doch jetzt nichts futtern. Nein, Papa. Morphel liebt Eis über alles. Er wird sich hier eines holen, ganz bestimmt. Mila! Noch immer kein Morphel zu sehen. Vielleicht sollten wir ihm eher zeigen, wo wir sind, anstatt ihn immer zu suchen. Aber wie sollen wir das machen? Damit! Morphel liebt diese Musik. Wenn er die hört, holt er sich ganz bestimmt sofort ein Eis. Gute Idee, Mila! Mila! Lecker Eis! Morphel! Wie hab ich dich vermisst! Morphel vermisst Mila auch so! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hey, süßer kleiner Kerl! So lustig. Eines Tages wirst du groß und furchterregend sein. Mit diesem Sepper, den wir von Professorin Paula gestohlen haben, können wir diese Tiere in Riesen verwandeln. Das wird ein toller Tag in der Tierauffangstation, Morphel. Ja! Nina, Morphel! Die Banditen verwandeln alle Tiere in Riesen. Oh nein! Wir müssen den Sepper zurückholen. Morphel, verwandle dich in einen Superhelden. Ist das nicht toll, Bucky? Mom? Wow! Oh nein! Oh nein! Gebt uns den Zapp ab, Banditen. Das glaube ich nicht. John, Zapp, sie weg. Oh, oh, das haben wir nicht bedacht. Wir kommen wieder. Ja. Toll, jetzt zappen wir alle Tiere zurück. Da, das ist der Pinguin. Nummer eins. Hallo, wir sind wieder da. Toll, aber... Oh nein, ihr seid sehr klein geworden. Aber ihr seid immer noch großartig. Oh nein, da. Bauarbeiterin Mary reißt die Stadt ab. Warum macht sie das denn, Moffel? Halt, nicht in meiner Stadt. Oh, schieß einen Hypnose-Strahl auf ihn ab. Lass sie das Gebäude abreißen. Gebäude abreißen. Moffel, verwandle dich in einen Riesenroboter. Genauso groß, wie die ganzen Häuser sind. Moffel, Moffel, Moffel! Jetzt halte Mary auf, bevor die ganze Stadt kaputt ist. Moffel hält Mary auf. Nein, Moffel, hilf ihr, die Stadt kaputt zu machen. Alles klar, Bandit. Oh nein, Moffel ist böse geworden. Dank dem Hypnose-Strahler, den wir der Wissenschaftlerin Paola gestohlen haben, muss jetzt jeder in der Stadt tun, was wir ihm sagen. Gib uns ein Gratis-Eis. Gratis-Eis. Papa, die Banditen machen, dass alle die Stadt zerstören. Wie können wir sie aufhalten? Ich weiß schon, wie. Wir sind die formidabelsten Fieslinge. Und das alles nur dank des Hypnose-Strahls. Papa, schnapp die Banditen. Paula, da, der Hypnose-Strahler. Den nehme ich. Jetzt schnell, enthypnotisiere Moffel. Mary und Polizist Fries. Moffel und Bauarbeiterin Mary, könnt ihr die Stadt wieder aufbauen? Moffel mag aufbauen. Aha. Polizist Fries, nehmen Sie diese Banditen fest. Da ihr die Stadt demoliert habt, wandert ihr in den Knast. Warum macht eigentlich jeder genau das, was Mila ihm sagt? Ja. Hast du die etwa hypnotisiert? Wir haben das nicht gemacht, weil Mila uns hypnotisiert hat. Sondern weil sie mit ihrer Idee richtig lag. Hä? Leute zu etwas zu zwingen, das sie nicht tun wollen, ist nicht sehr nett. Das habt ihr alle super gemacht. Mit einem magischen, wandelbaren Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hahaha. Brexit. こと